Ah, der beste Stuhl hat ja noch meinen Elf gesehen, gell? Ja, also herzlich willkommen hier bei der Bahnfusher hier in... Du sag mal, Danny, wo sind wir hier? Ah, ich glaub halt, das ist halt so cool, darf das halt keiner kennen, gell? Ah, ich tät sie mal gerne ein bisschen rumführen, was hier so an Sache ist gekommen. Also da haben wir halt hier gerade zwei Personen, die spielen da so ein genanntes Tour-on-Tour-Encounter-Streik. Ich glaub, das sieht eh zu gut aus für dich, das ist halt ein bisschen... Aber da musst du halt gucken, wo du bleibst. Mit Korula auf dem Matterhorn, da war es auch immer ein bisschen kritisch. Da haben wir einen Clan, ähm, der ist da der Clan der Crank. Das Kotlin, das ist doch ein Warcraft-Meister hier, gell? Da hast du sogar ein eigenes YouTube-Video, gell? Ah, ja, klasse, das sind ja halt hier die Oberner, zum Beispiel, die bringen halt ihre eigenen Stühle mit. Und die eigenen Computer und eigene Tische haben sie auch mit. Und ihre Möbel, die sind da... Ja. Ja, sag jetzt ruhig mal ein Grüß Gott, dürfen wir uns einen geschehen interviewen? Hallo. Mich? Ja. Ich bin der Mann von der Korula, Grüß Gottle. Von der Korula, servus. Ähm, was haltet ihr hier von der Lan-Fan? Können Sie das mal hier ein bisschen erläutern für uns im Kamera? Wir sind so nüchtern am Lernz, zumindest wir dabei. Was haltet ihr von der Lan-Fan, von der ganzen Organisation und dem Management? Keinen Kommentar. Keinen Kommentar, also. Gehen wir mal einfach mal weiter hier, gell? Wie aussieht die heute mit der Karte? Ah, ja, das ist doch klar, der kann schon einfach mal ein bisschen Probesitzung hier, gell? Das ist der Chef übrigens vom Stuhl. Bestes Stuhl ever. Ha, ja, bester Stuhl, hat er noch meinen jetzt gesehen, gell? Ja, ja, ganz schön. Da spielen halt die ganze Hallo-Trix. Was? Wenn ich damals nicht so nach dem Mann gegangen bin, hätte ich gesagt, Gehen wir zu dem Kopf und dem Spiel einfach raus. Wer ist das? Was 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 ist das? Ja, das ist egal. Ich hab schon gesehen, wie der guckt. Ich glaub, der ein bisschen Garsch liegt. Da kann man schon Spaß machen. Ich hab' hier so laute Opfer. Also, ich denk' sagen, weißt du, im Großen und Ganzen sind sie halt ein bisschen bescheuert. Also, ich verabschiede mich, gell? Also, Gruß an Cordula. Ade. Ab war jetzt mal ein paar Sachen. Das ist nitig. Ja, wenn der Garsch war. Es geht nicht um uns zu den Kபstern. So, ich hab' hier einen Kabel gezeigt. Jetzt machen wir einen Schärfen-Esser-Schärfen-Grad mit 300.000 Squill, gell? Ja, 500.000 Squill! Ja, bis zu 500.000 Squill! Ja, das ist halt eh der nächste Meister. Drei Scheiben von der Currywurst. Von der Brachwurst. Vegetarier. Da hatte ich vorher schon mal einen ganz kleinen Schluck. Ich habe so eine trockene Krille. Aber ich sag, ob wir jetzt nachher machen. Das ist so abgratzt worden oder sowas, das zählt nicht. Was? Das war jetzt nur ein Lichlisch. Das ist nicht schon. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Das sieht aus, ne? Los! Ja, schien. Ich komme ja eh nicht weiter runter. Jetzt ist es auf. Wenn die hier da besitzen, die beklagen sich keinem bisschen. Das ist ja immer zu 40. Das ist ja immer zu 40. Wuhuuu. Wuhuuu. Das ist so scharf. Okay, also angegabeln. Fertig. Und los. Jetzt hau so schnell wie möglich alles rein. Das ist echt ein bisschen zu viel Soße. Alle hinten wie Soße. Die haben noch nicht Hunger. Was? Noch neun? Ja. Komm raus. Aber in CSU war eine gute Kaffee. Wie fühlt man sich eigentlich so? Also ich würde es jetzt nicht mehr essen, aber... Alles ganz fresh. Das ist mega, wie ich noch heute nicht verspielt habe. Ja, das ist geil. Oh, mein Applaus Vielen Dank.